Schön mit Apfelessig, nutze dieses Naturprodukt für Haut und Haar. Du hast sicher Apfelessig zu Hause und verwendest diesen oft für Salate. Doch das ist nicht die einzige Möglichkeit, denn es handelt sich um ein Allround-Talent, das bereits im Mittelalter für verschiedenste Anwendungen sehr beliebt war. Apfelessig ist ein wunderbares Naturprodukt, das nicht nur in der Küche, sondern auch für kosmetische Zwecke eingesetzt werden kann. Erfahre heute, wie du deine Schönheit mit Apfelessig pflegen kannst. Du hast sicher Apfelessig zu Hause und verwendest diesen oft für Salate. Doch das ist nicht die einzige Möglichkeit, denn es handelt sich um ein Allround-Talent, das bereits im Mittelalter für verschiedenste Anwendungen sehr beliebt war. Wichtig ist allerdings, hochwertigen Bio-Essig zu verwenden, um von allen Vorteilen zu profitieren. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren. Schönes Haar mit Apfelessig Essig ist preiswert und überall einfach erhältlich. Du kannst damit dein Haar und deine Kopfhaut pflegen, denn dieses Naturprodukt reguliert den pH-Wert und beugt auch Schuppen vor. Darüber hinaus werden mit Apfelessig die Haarfollikel gereinigt. Deshalb wird damit ein gesundes Haarwachstum gefördert. Haarpflege mit Apfelessig Eine Tasse Essig mit zwei Tassen Wasser in einer Sprühflasche vermischen. Nach dem Haare waschen sprühst du dir die Mischung auf Haar und Kopfhaut. Lasse sie 10 Minuten wirken und spüle das Haar dann mit Wasser aus. Verwende nur verdünnten Essig, damit damit die Kopfhaut nicht gereizt wird. Dieses Hausmittel eignet sich nicht für trockenes, sprödes oder gefärbtes Haar. Mit Essig Akne und Hautflecken behandeln Essig wirkt antibakteriell und hilft, überschüssiges Fett von der Haut zu entfernen. Es handelt sich deshalb um ein ausgezeichnetes natürliches Mittel gegen Akne und fette Haut. Gleichzeitig kann man damit auch Hautflecken behandeln. Doch sei vorsichtig und verwende nur verdünnten Essig. Vorsorge gegen Hautalterung Wie bereits erwähnt, reguliert Essig den pH-Wert. Außerdem beseitigt er abgestorbene Hautzellen und fördert die Durchblutung. Die Haut wird dadurch gründlich gereinigt und kann sich besser regenerieren. Du kannst also mit Apfelessig der frühzeitigen Hautalterung entgegenwirken und dein Hautbild verbessern. Vermische einen Löffel Essig mit 5 Löffeln Wasser und verwende dieses Naturprodukt als Gesichtswasser. Mit Apfelessig Wunden desinfizieren und behandeln Essig wirkt ausgezeichnet zur Heilung von kleinen Wunden und um Juckreiz zu lindern. Bereite dir einfach ein Bad vor und gib etwas Essig dazu. Du kannst auch etwas Essig ins Duschgel geben, um Infektionen vorzubeugen und Wunden schneller zu heilen. Fit mit Apfelessig Halte dich fit mit Apfelessig, wie es auch viele Celebrities tun. Du kannst einfach ein Glas Wasser mit einem Löffel Essig morgens auf nüchternen Magen trinken. Auch hier gilt, trinke auf keinen Fall unverdünnten Essig, denn dies könnte unerwünschte Nebenwirkungen haben. Du kannst mit diesem Hausmittel deine Verdauung fördern, einfacher abnehmen und dein Immunsystem stärken. Apfelessig gegen Nagelpilz Die antibakteriellen Eigenschaften von Essig helfen in der Behandlung von Pilzinfektionen. Du kannst deine Füße oder Hände in einer Mischung aus Wasser und Essig, 2 zu 1, baden. Natürliches Diodorant Da Essig den pH-Wert reguliert, kann er auch verwendet werden, um unangenehme Gerüche zu verhindern. Stelle ein natürliches Diodorant her, indem du 2 Löffel Essig mit 3 Löffeln Wasser vermischst. Diese Flüssigkeit trägst du denn einfach mit Watte in den Achselhöhlen auf. Kennst du noch weitere Anwendungen mit Apfelessig, die du mit uns teilen möchtest? Das war die Anwendungen mit Apfelessig, die du mit uns teilen möchtest.